Am Landgericht Stuttgart hat heute ein Prozess gegen einen 22-jährigen vermeintlichen Brandstifter begonnen. Bildaufnahmen vom Angeklagten waren nicht erlaubt. Der Mann soll im März diesen Jahres einen Papiercontainer in Weiblingen angezündet haben. Das Feuer weitete sich dabei auf ein angrenzendes Bürgerzentrum aus und verursachte einen Schaden von 1,5 bis 2 Millionen Euro. Der Mann räumte die Tat bereits ein. Er gilt als vermindert schuldfähig. Ein Urteil wird für Mitte November erwartet.